Lass dich ein auf die Schwingungen des Gongs. Verbinde dich mit diesen Schwingungen. Lass es zu. Jede einzelne deiner Körperzellen ist bereit, diese Schwingungen zu empfangen, ist bereit, sich zu entspannen. Lass dich hineinfallen in dieses Klangbad und geh auf deine Reise zu dir selbst. Lass dich ein auf die Schwingungen des Messers und ich hier bedenkehren. Lass dich einen Aufschlagen an, Blüten, die durch die Schwingungen des Schwingungen des Schwingungen des Schwingungen an der Schwingungen des Schwingungen. Super! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Martin und ich, wir danken dir, dass du dir die Zeit genommen hast für dich selbst, für diese wunderschöne Entspannung. Ich hoffe, es geht allen gut. Jetzt noch Wasser trinken wäre eine gute Möglichkeit, den Abend ruhig ausklingen zu lassen. Unsere Gastronomie ist noch ein bisschen da für uns. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen einen trockenen Hals. Trinken wir noch, was sitzen wir noch ein bisschen zusammen. Ich wünsche euch allen eine gute Heimkunft, eine gute Heimfahrt. Martin, möchtest du auch noch was sagen? Du hast ja immer das letzte Wort. Angenehm, wenn das überhambten wird, was wir gar nicht mehr. Ich wünsche euch auch einen guten Abend. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen Abend. Die Schwingungen wirken ca. 24 Stunden nach. Lasst euch ein Körper mit in den nächsten zwei Tagen einfach sich daran erwähnen, was er jetzt erlebt hat. Und somit ist jeder Körper zur Stelle von euch. Jetzt wird es wieder glücklich, zufrieden. Und ihr streut dann auch schon nach außen. Und ich wünsche euch viel Spaß in der Woche und auch wenn ich wirklich spreche an der Tag. Danke. Also auf jeden Fall seine eigene Schuhe wieder aufhören. Also die Schuhe bitte, jeder nimmt die Idee von sich und die Idee von Woffern. Damit es keine Missverständnisse gibt. Danke schön. Danke. 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 Danke.